Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Ankündigungsvideo. Wie vielleicht einige von euch gedacht oder geglaubt haben, soll mein Kanal vielleicht tot erscheinen. Aber ich möchte hiermit ankündigen, mein Kanal wird demnächst wieder Projekte hervorbringen. Ich hatte nur sowas wie eine Sommerpause, man könnte sagen, auch aus gesundheitlichen Gründen und auch aus Zeitgründen. Aber die ist nun vorbei. Auch wenn es draußen aktuell wieder warm ist, mit Temperaturen um die 27 Grad, naja, zumindest heute am 12.10. bis morgen, 13.10., wird es trotzdem jetzt die nächsten Tage wieder die ersten Videos geben. Angefangen mit einem neuen Multiplayer-Projekt mit einem Kollegen von mir zusammen, und zwar Factorio. Und ich habe noch ein weiteres Projekt vor. Das ist auch ein spezielles Mod-Paket mit und für Factorio. Das dürften vielleicht einige von euch kennen. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Das werdet ihr sehen, wenn ich das erste Video vorbringe. Allerdings weiß ich bei dem Video noch nicht, ob es jetzt ebenfalls Multiplayer wird oder ob das jetzt Singleplayer wird. Das wird sich letztendlich zeigen. Ich möchte auch noch nicht zu viel versprechen. Es ist auch noch ein anderes Spiel als Multiplayer mit meinem Kollegen eventuell geplant. Ich halte es jetzt erstmal in der Schwebe. Ich kann es noch nicht bestätigen. Aber ich würde sagen, meine lieben Zuschauer, wartet erstmal ab, was sich hier auf meinem Kanal tun wird. Bitte habt noch etwas Geduld. Bleibt mir bitte treu. Ihr werdet sehen, was kommen wird. So, das war es erst einmal für diese Ankündigung. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhören werdet. Wir sehen uns dann zu meinem nächsten Projekt. Bis dahin. Ciao, Leute.